Gehört sich einfach. Und natürlich muss man jetzt sagen, und dafür Entschuldigung, können wir jetzt und natürlich auch die Organisatorinnen dieser Ausstellung übrigens herzlichen Dank für diese Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Und wir hoffen natürlich, dass im Laufe der nächsten Tage der Rest, ich glaube, es ist die Hälfte, also eine Hälfte ist jetzt hier und die andere Hälfte kommt noch. Zum anderen, wir haben und wir empfinden nicht, dass die ukrainischen Menschen, die hier sind, Opfer sind. Es sind Menschen, es sind Bürgerinnen und Bürger wie wir. Und es ist selbstverständlich, dass man in solchen Situationen sich gegenseitig hilft. Das ist alles, das ist. Es ist in der König, heute ist es aber hier, heute ist es einfach nur ein Genetisch. Und es ist schon immer da, heute ist es... ...bizierlich! Wie viele Menschen, die Leute, die Leute machen, wachen die Leute, die Leute, die Leute machen, Die Leute können... ...wählst du hier, die Leute haben, die Leute und die Leute, die Leute machen, ...in Musik, die Leute... ...schläge. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018